Die Kirche, die Stephanskirche, die wurde bis vor 100 Jahren genutzt. Zuletzt haben hier die Bischöfe gedient, die letzten Bischöfe von Nessebar gedient. Und von ihnen die Kirche ist sehr malerisch, sehr künstlerisch dekoriert. Nicht mit Ornamenten, sondern mit Malereien. Und die Kirche, die Kirche, die die Kirche, die in der Kirche.